Das ist Los Angeles im Kernstaat der Republicans, California, beautiful California, das schöne Kalifornien. Dort sind teilweise in den ehemaligen Prachtstaaten von Straßen von Santa Monica beispielsweise 99 Prozent der Geschäfte geschlossen. Da pennen die Leute auf der Straße, da wimmelt es von Drogenabhängigen, denn das Drogenprogramm des Governors, das sorgt sich schon um die Leute, die Bedarf haben. Also das wird natürlich auch in den Tagesthemen nicht gezeigt.